Kommen wir jetzt zu unserem neuen Part für die Woche. Das heißt, es gibt neue Infos für dich und natürlich auch neue Infos für unsere Zuschauer. Ich hatte mir für heute vorgenommen und jetzt halte ich fest, es kommt heute Bildsprache, Bildschnitt, Bildaufteilung, ein bisschen, ja, alles, was man sozusagen so ein bisschen verfeinern muss, um die Bilder noch besser zu machen. Okay, dann her damit. Jetzt frage ich dich einfach mal, Viviana, wie war denn bisher so deine Vorgehensweise mit dem Bildschnitt? Wie hast du denn entschieden, wie du das Bild aufteilst, was du wohin setzt, wohin das Porträt kommt? Also, wie hast du entschieden, dass sie so liegt? Ich habe einfach ausprobiert mit der Kamera, ich habe ein paar Bilder gemacht und verschiedene Ausschnitte ausprobiert und das, was mir am besten gefallen hat, habe ich im letzten Enden genommen. Also hast du im Endeffekt? Also, es war alles spontan. Ich habe nichts vorher geplant, wie ich das haben will oder so. Ich habe einfach geschaut, wie es am besten aussieht. Jetzt gibt es verschiedene Hilfsmittel und das ist jetzt eine Sache, die wahrscheinlich ein bisschen kritischer ist, wenn du hier aus dem Studio von mir weggehst und hin zu anderen Fotografen. Es gibt nämlich eigentlich relativ solide Schnittregeln. Wo darf man schneiden, was darf man nicht schneiden, wo soll man wie aufteilen und diese gesamten Regeln, die sind alle schön und gut, aber du weißt ja sicherlich, dass bei uns immer alles irgendwie anders ist, als man es gewohnt ist. Heute wird es genau wieder so werden. Ich erkläre dir einfach mal diese Schnitte und dann versuche ich einfach mal anhand dieser Schnitte so ein bisschen die Sinnhaftigkeit dahinter zu erfragen. Also stell dir mal vor, ein Bild ist ja immer zwei in klassischer Weise, zwei zu drei. Also das wäre jetzt sozusagen ein klassisches zwei zu drei Format. Ja. Ja, drei und zwei. Jetzt gibt es eine Regel, ich mache nochmal ein zweites gleich hin. Jetzt gibt es eine Regel, die besagt, das ist dann ungefähr die Drittelregel, dass eine harmonische Aufteilung im Bild anhand einer gedrittelten Aufteilung entsteht. Das wäre so ein Raster. Vielleicht hast du das schon mal gesehen bei Kameras. Ja, genau, das kann man so einstellen. Genau, genau. Und jetzt gibt es noch, das nennt sich Fibonacci-Spirale. Das ist jetzt echt so ein bisschen aus der Hand zu zeichnen, relativ schwierig. Die sieht ungefähr irgendwie so aus, ne? Okay. Das ist im Grunde genommen das Gleiche oder der gleiche Gedanke dahinter. In der Natur kommt ganz oft ein natürliches Verhältnis vor. Und dieses natürliche Verhältnis, diese Aufteilung von kurz zu lang, die finden Menschen als sehr harmonisch. Das wäre, glaube ich, ich habe nachgeguckt, wir können es unten genau einblenden, ich glaube 62 zu 38 Prozent. Oder irgendwie so eine ganz komische Zahl, die annähernd an dieser Drittel dran ist. Okay, du meinst dann von Objekt zu Hintergrund oder wie? Nee, das ist einfach, wenn du einen Stab hast und du teilst es genau in diesem Verhältnis, dann findest du das schön. Okay. Das ist so Geometrie. Das haben auch teilweise die alten Griechen in ihren Bauten gehabt. Die haben sozusagen diese Säulen gebaut und hatten die Marmor, diesen Bereich über den Säulen, hatten sie in einem Verhältnis zu der Länge der Säulen gemacht. Und das wirkt dann halt eben entsprechend harmonisch. Dahinter entsteht so ein Harmoniegedanken, dass diese Aufteilung für Menschen einfach harmonisch ist. Wusstest du nicht, dass die das irgendwie nach einem bestimmten Prinzip gemacht haben? Nennt sich Drittelregel oder, also daher kommt auch dieser goldene Schnitt. Der goldene Schnitt ist nicht genau ein Drittel, aber das ist sehr nah dran. Also das ist auch wieder so eine leichte Unschärfe, die da drin versteckt ist, weil das Verhältnis ist nicht genau 33 zu 66 Prozent, sondern es ist so ein bisschen verschoben. Und diese Fibonacci-Spirale, die hat genau dieses Trennungsverhältnis, was da widerspiegelt. Also jede Länge wird dann im Endeffekt getrennt. Das sind Regeln, nach denen man ein Bild setzen kann. Das bedeutet, und jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Bilder zurück. In die Bilder zurück. Was haben wir für ein schönes Bild mal? Nehmen wir uns mal, nehmen wir uns mal, Moment, wo haben wir eins, das sehr roh ist. Nehmen wir uns mal das. Und ich mache mal alles weg hier. Und ich zeichne mal diese Drittelregel ein. Dann hättest du hier eine Linie, hier eine Linie und hier eine Linie und hier eine Linie. Unsauber. Und jetzt merkst du schon, so richtig passend tut es bei dir nicht. Und trotzdem ist es ein schönes Bild. Ja, aber wo soll das denn eigentlich sein? In der Mitte genau? Das setzt der Punkt. Das sind Linien, anhand derer man das Motiv ausrichten kann. Aber du merkst, dein Kopf ist ja schon groß. Jetzt ist die Frage. Guck mal, da geht ein Auge theoretisch durch diese Linie. Ja, die Frage ist ja auch, wo soll das eigentlich dann sein, damit es harmonisch aussieht? Genau. Was ist der Referenzpunkt? Also irgendwas vom Gesicht geht immer zwangsweise durch die Linie. Ich kann eigentlich fast jedes Bild, kann ich hier irgendwie nehmen und kann sagen, und hier ist ein Drittel, hier ist ein Drittel und hier ist ein Drittel und hier ist ein Drittel. Jetzt nehm dir mal die Blume hier. Das ist ein super gutes Beispiel. Die Blume ist so dermaßen groß. Die berührt hier diese Linie, diese Linie, diese Linie. Also im Grunde genommen, egal wie du das Bild gemacht hättest, diese Blume wäre irgendwie immer auf diesen Linien gelingen. Ja. Und das ist genau der Punkt. Okay, jetzt hast du hier gerade die Augen, aber hast du die Augen wirklich auf dieser Linie? Das ist die Frage. Ich habe es jetzt unsauber eingezeichnet. Ja, aber gut. Aber ob du jetzt die Augenbrauen drauf hättest oder sonst wie Augen, das ist ja im Endeffekt alles so eine Ausrichtungssache. Das schränkt einen ja auch total ein, wenn man versucht, in irgendeinem Raster zu bleiben. Genau. Ich habe nämlich auch früher, als ich angefangen habe zu fotografieren, immer probiert, diese Drittelregel zu befolgen. Horizont ein Drittel gelegt, sonst wie ein Drittel gelegt. Und ich habe probiert, von dieser Symmetrie wegzukommen, weil die immer anscheinend böse ist. Also wenn du ein Bild mittig machst, jemanden in der Mitte positionierst, das darfst du nicht machen, weil das ist langweilig. In Anführungsstrichen. Du guckst mich schon so an, deswegen muss ich die Anführungsstriche dazu sagen. Dahinter steckt eigentlich eine Wahrheit. Dieses Harmoniedenken, dieser Drittel oder diese Aufteilung, die ist schon vorhanden. Bloß das Problem ist, wir haben ja keine Linien, die wir auf Linien setzen, sondern wir haben so einen Schädel und dann musst du irgendwie eine Linie haben. Und ob die Linie jetzt genau durch die Nase geht, durch die Augen, durch die Augenbrauen, durch die Stirn, durch den Mund. Allein schon, wenn du so einen Mund siehst, der ist ja so zwei, drei Zentimeter oftmals breit. Wo setzt du jetzt die Linie an? Nimmst du jetzt die mittlere Mundlinie, jetzt sitzt jetzt die obere. Und ich glaube, ich könnte jedes Bild auf der Welt nehmen, hier draufsetzen und ich würde irgendwie Dinge finden, die mit diesen Linien harmonieren. Und kannst du dich noch erinnern, so aus dem deutschen Unterricht, wenn man so Gedichte interpretiert hat in der Schule und dann hat die Lehrerin irgendwas gesagt, dass der Künstler das und das gemeint hat und im Endeffekt hätte man wahrscheinlich alles phasen können. Genau. Irgendwie hätte es immer gepasst. So ein bisschen kommen mir diese Regeln so vor. Mir auch. Also, liebe Zuschauer, um das nochmal ganz konkret zu sagen, hinter den Linien, hinter diesen Aufteilungsgedanken, da steckt ein wirklich nachgewiesenes System der Harmonie. Aber das Problem in der Fotografie ist einfach, dass wir diese Linien, jedenfalls in der Porträtfotografie, da haben wir ja keine Häuserkante, die wir so perfekt setzen können, sondern setzen wir jetzt das äußere Kante des Gesichtes, die ist leicht rund, setzen wir jetzt die Nasenkante da, also diese Teilungskante des Gesichtes der Mitte. Ja, aber man hat ja das Gesicht auch nicht immer gerade. Und dann entstehen plötzlich super viele Dinge. Und so, wie du gerade gesagt hast, Viviana, wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr wirklich frei fotografieren. Eben. Das ist die große Gefahr bei derlei Regeln. A, sie stimmen. B, sie sind aber in der Porträtfotografie sehr schwierig, irgendwie so konkret, so in eine Regelform zu fassen. Und C, sie lenken dich extrem eigentlich ab von deinem eigenen ästhetischen Gefühl. Ich wollte gerade sagen, ist nicht immer das ästhetisch und harmonisch, was man mit dem Foto ausdrücken will, was der Künstler bzw. der Fotograf damit ausdrücken möchte? Ja. Es ist ja im Prinzip dem Fotograf so gefallen, wie er es macht. Jetzt spiele ich mal den Advocatus Diablos und argumentiere, obwohl ich mit dir bin, gegen dich. Das wäre aber auch eine denkbar einfache Antwort gegenüber alles in der Fotografie. Ich habe es so gewollt und das war meine Intention und der Künstler wollte es so. Das ist natürlich auch keine wirkliche Ausrede. Diese Regeln, wie ich schon gesagt habe, die sind schon, die haben schon Hand und Fuß. Und manche Bilder passen natürlich schon extrem gut da rein. Und dann hast du diese Aufteilung und das sieht nochmal so ein bisschen irgendwie schöner aus. Aber was ich viel schwieriger finde, Viviana, ist, wenn du dich an derlei Regeln am Anfang festhältst, dann verlierst du den Blick für alles andere. Und gerade in der People-Fotografie ist es ja nicht so wie in der Landschaftsfotografie. Die meisten Landschaftsfotografen haben ihre Kamera auf dem Stativ. Ja, dann gehen die so ein bisschen hier rüber, blenden sich das Raster ein, machen die Kamera ein bisschen hoch, machen sie ein bisschen runter, machen eine Testauslösung, gucken drauf. Wenn du dich fünf Minuten lang mit Regeln, mit Linien beschäftigst, ja, was passiert mit der Person vor der Kamera? Die langweilen sich und da würde ich mich auch langweilen. Wahrscheinlich hast du das schon mal als Model erlebt, dass man sich einfach nicht um dich gekümmert hat, weil man so irgendwie mit Technik versteift. Ja, da hat man gar keine Lust und dann fängt man an und man ist überhaupt nicht mehr drin in der ganzen Sache. Und genau darum geht's. Du solltest im Hinterkopf behalten, dass eine genau mittige Aufteilung nicht immer das spannendste und harmonischste Bild darstellt. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast mit Katzenaugen, so kennst du die Mädels, die so richtig so ein Katzengesicht haben, dann ist es natürlich manchmal richtig schön, das alles komplett symmetrisch aufzubauen. Und viele Fotografen, die spiegeln ja eine Hälfte des Gesichtes in der Porträtfotografie auf die andere Seite und erreichen dadurch diese perfekte Symmetrie, die zum Beispiel Til Schweiger als Gesicht hat oder wer weiß noch, ich glaube Julie. Also es gibt so zwei, drei, die haben perfekt symmetrisch gespiegelbare Gesichter und die gelten als extrem hübsch. Aber dann willst du vielleicht was Symmetrisches und dann ist es eben auch symmetrisch geplant. Während hingegen du immer gucken musst, dass diese leichte Verschiebung, also verstehst du, du packst jemanden nicht ganz hier außen ran, sondern du machst so eine leichte Asymmetrie. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Okay, das ist ja einfach, sich das zu merken. Genau. Und danach würde ich es völlig so halten, wie du es gehalten hast. Versuch dein eigenes Auge zu schulen und vor allem versuch deine eigene Ästhetik herauszuarbeiten. Wenn ich dir sage, es gibt eine goldene Schnittregel und es gibt eine Fibonacci-Spirale und du musst immer gucken, dass danach alles so aufgeteilt ist, dann wirst du wahrscheinlich nie deine eigene Ästhetik entwickeln. Und es gibt Fotografen, die sind sehr erfolgreich, die machen nur mittig. Und es gibt Fotografen, die sind sehr erfolgreich, die machen nur komplett Bildrand. Verstehst du, das ist ja auch so ein eigenes Empfinden, was man herausholen muss. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr mittig, sehr symmetrisch. Ich mag diese Direktheit der Leute, wenn sie genau in der Bildmitte sind, wenn ich jetzt eben nicht nach rechts oder links schielen muss, weil es so ein bisschen in your face ist. Ja. Es ist ein bisschen plakativer. Du hast vollkommen recht, ist ja hier im Prinzip auch irgendwie so. Ja, also du merkst es, wir können das mal weiterarbeiten. Immer wenn ich diese Dinger drüber male, also ein Drittel wäre hier, ein Drittel wäre hier, ein Drittel wäre hier und ein Drittel wäre hier. Jetzt könnte ich sagen, wow, du hast es super schön geschafft, hast du genau das Auge hier. Aber ich könnte auch sagen, wow, der Rücken, guck mal, richtig schön an der Achse. Und wow, dass du den Rücken so richtig schön in den Drittelregel gesetzt hast, ist ja auch super toll. Also mir würde wahrscheinlich fünf, sechs Sachen einfallen, die genau, oder auch wie du das Gesicht an die Drittelregel gesetzt hast. Ja, versuch dein eigenes Ästhetikgefühl zu schulen und versuch auch dir treu zu bleiben, was du gefällst. Und wenn andere Leute kommen und sagen, da gibt es aber eine Regel, dann hör dir die Regel an, überleg, ob das vielleicht Sinn gemacht hätte, aber überleg, ob es für dich vom Empfinden her Sinn gemacht hätte. Okay. Ja? Ja. Ganz wichtig. So, wenn wir jetzt weitergehen und wir haben die Symmetrie, wir haben die Fibonacci-Spirale, wir haben die Drittelregel, dann gibt es was, so ein bisschen, was mit dem Format zu tun hat. Und ich finde, du spielst noch zu wenig mit Format. Was meinst du damit? Deine Kamera hat verschiedene Formate. Echt? Das ist zum Beispiel ein 2 zu 3 Format, weil 3 zu 2. Es gibt aber noch ein Quadrat. Das hat die auch? Ja, kannst du auch einstellen. Und es gibt zum Beispiel noch 16 zu 9. Und da wirst du jetzt lachen. Das sind nicht Formate, die irgendwie so oder so sind und die nicht valide sind. Und alle Fotografen müssen nur in 2 zu 3 fotografieren. Sondern du gehst einfach in Menü und dann kannst du hier runtergehen. Ich glaube, du musst in, äh... War das nicht oben schon? War das schon? Moment. Bildverhältnis. Genau. Dann hast du schon gesehen. Da. Bildverhältnis. Genau. Du hast hier 1 zu 1. Und siehe da, du siehst auch wirklich nur 1 zu 1 dann. Ich gehe mit der Belichtungszeit ein bisschen länger. Und du siehst, du hast ein wirkliches Quadrat. Was so ein bisschen so ein Oldschool oder auch neuerdings so ein Instagram-Look macht. Instagram, ja. Genau. Also du hast auch verschiedene Assoziationen damit. Das zum Beispiel in Schwarz-Weiß gibt dir so ein bisschen so ein Mittelformat-Look. Von so ein Vintage-Look. Weil früher Vintage oftmals mit diesem Quadrat verbunden war. Das sind Farbe mit knallig und bunt. Gibt dir wieder so einen leichten Instagram-Modern-Look vielleicht mit einer Färbung. Wenn du jetzt reingehst und sagst 16 zu 9, dann wirst du gleich merken, dass es ein sehr kinohaftes Format ist. Damit kannst du sehr szenische Bilder machen. Also stell dir vor, du hast wieder die Dame, die im Wald liegt, auf diesem Sessel. Und du hättest dieses Format gewählt. Dann wäre das wie so ein Märchenwald gewesen. Das hätte so einen Filmaspekt bekommen. Und das ist sehr interessant, weil, weißt du, was früher Filmaspekt gewesen wäre? Nee. 4 zu 3. Okay. Weil früher waren Fernseher 4 zu 3, vor 20 Jahren. Ja, stimmt. Und da hätte man 4 zu 3. Da waren die Fotokameras 2 zu 3 Format. Und ein Film, ein Fernsehfilm war 4 zu 3. Das heißt, hättest du vor 30 Jahren damit fotografiert, hätten die Leute gedacht, oh, das ist aber was Filmisches. Während hingegen jetzt filmischer Look bei 16 zu 9 liegt. Mhm. Mit diesen Formaten musst du genauso spielen. Du musst im Endeffekt versuchen, dein Bild zu unterstützen. Ähm, solche, 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 solche szenischen Dinge, wo du, wo du eine Szenerie rausbringst, die können sehr schön in einem Weitwinkel aussehen. Verstehst du, in einem 16 zu 9 Leitwinkel. Ja. Während hingegen, wenn du irgendwas, so ein Emotionenbild, also wir müssten mal das probieren vielleicht, wir müssten mal das einfach probieren, so ein Emotionenbild. So was hat ja was Märchenhaftes, was Storytelling-mäßiges. Und das hätte ich mal probiert in 16 zu 9 zu halten, weil es gleich wieder so mehr so einen geschichtlichen Aspekt hat. Vielleicht können wir es mal machen für die Zuschauer, dass wir das Bild einfach mal enger schneiden oder mal links und rechts so ein bisschen schwarz dranhängen. Und wir werden, glaube ich, gleich sehen, dass das Bild sich von so einem Foto in was sehr viel szenenhafteres verdammt. Also fotografiert man 16 zu 9 am besten im Querformat? Ja, also Hochformat würde ich es gar nicht machen, weil das ist ein ganz komisches Hochformat. Aber das ist ein klassisches Querformat-Motiv, was eben sehr, ich sag's nochmal, szenisch ist. Ich muss es wieder wiederholen. Wenn ich jetzt weiter... Ach, guck mal, du hast doch schon Quadrat gemacht. Aber du hast es wahrscheinlich... Das habe ich im Nachhinein... Okay, du hast es nachträglich am Computer beschnitten. Ich wusste ja nicht, dass man das da machen kann. Nee, also das ist natürlich noch viel angenehmer, wenn man es hier direkt in der Kamera machen kann, weil im Endeffekt, wenn du zum Beispiel Quadrat einstellst, dann siehst du das gleich nicht mehr. Also das siehst du jetzt wirklich im Sucher auch jetzt nur noch das Quadrat. Und du kannst da dieses Quadrat perfekt framen im Endeffekt, also perfekt setzen. Probier dich mehr, um... Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. ...Formate zu kümmern. Mega cool. Was wollte ich noch mitbringen? Schnitte. Wenn wir jetzt einen Menschen haben, dann gibt es ein paar Dinge, wo du nicht durchschneiden solltest. Wahrscheinlich so Finger und Hände. Nee, bin ich gar nicht bei dir. Also ja, wenn du die Buchmeinung hörst, dann sagen die niemals durch Gliedmaße und niemals durch Finger und dergleichen. Aber das Problem ist, du hast super viele Fotos. Guck mal, du schneidest doch hier durch den Arm. Ja. Und das ist doch ein geiles Bild. Ich habe auch nichts dagegen zu schneiden. Ja, aber wenn wir jetzt die Regeln tun, du dürftest nicht durch den Arm schneiden. Also sagen wir so, wenn Dinge abgeschnitten werden, dürfen sie nicht wieder ins Bild kommen. Ah, okay. Also wenn ihr jetzt nicht den Arm abschneidet, dürft ihr jetzt nicht hier in der Hand... Also was so schlimm ist, ist, wenn du zum Beispiel hier schneidest, der Arm geht raus aus dem Bild und kommt irgendwie wieder so, als ob er fliegt und schwebt irgendwie wieder so ins Bild rein. Verstehst du? Dann würde ich irgendwie gucken, dass man den Arm mit reinnimmt. Oder du hast irgendwie einen Schnitt und da kommen dann die Finger plötzlich wieder so im Vordergrund. Einfach nur so die vorderen Finger, die kommen dann einfach wieder so rein. Das sind so schlimme Schnitte. Aber man kann auch mal durch Hände oder durch Finger schneiden. Ich habe sogar viele Fotos gemacht, wo ich durch das Gesicht, durch Augen geschnitten habe. Und es gibt auch wunderschöne Fashion Shots, wo dann quer durch die Nase, durch ein Auge oder am Auge vorbeigeschnitten wird. Da gibt es ganz viele Close-Ups, die radikals geschnitten sind. Wow. Ich würde folgendes dir als Tipp geben, was Schnitt betrifft. Und wir gehen immer ganz gezielt in eine Richtung. Die Frage ist immer, was genau ist dir wichtig? Verstehst du, was genau willst du zeigen? Du hast immer ein Problem, wenn du nicht weißt, was du fotografieren willst. Wenn du nicht eine Person vor dir stehen hast und du sagst, boah, die hat so schöne Augen. Dann wirst du wahrscheinlich hier und hier und hier ganz eng schneiden. Weil je mehr du schneidest, umso was wird größer? Ja, der Fokus auf die Augen. Wenn du hingegen sagst, boah, guck mal, die hat ja voll tolles Dekolleté. Oder der Mann hat ja einen richtig schönen Bart oder hat einen tollen Anzug an. Dann wirst du den wahrscheinlich mit drauf nehmen. Und die Kunst an der Fotografie ist, vorher zu entscheiden, was ihr wichtig ist und genau das draufzunehmen. Alles andere wird rigoros weggeschnitten. Okay. Ja? Dinge dürfen nicht wieder zurück ins Bild fliegen. Ja. Und, was du auch nicht machen solltest, bei Frauen solltest du nicht durch... Ich schaff's mal nicht mit Rot, weil Rot ist so schlecht laserlich. Du solltest nicht durch die dicken Körperstellen schneiden. Was sind denn zum Beispiel bei dir die dicken Körperstellen? Also, du bist definitiv nicht dick. Aber was sind denn deine Körperstellen, die per Definition oder einfach an deinem Körper dicker sind als der Rest? Naja, eigentlich im Prinzip die Partie ist... Genau. Aber man schneidet ja automatisch hier ab. Ja, aber man schneidet niemals durch die Hüfte, weil die Hüfte ist dick. Und das habe ich dir ja gesagt. Du versuchst immer an dünnen Stellen... Ja, aber ich habe die Hüfte geschnitten. Wo? Da. Ja, aber du merkst auch, sie wirkt jetzt nicht gerade schlank. Sie hat einfach... Man sieht an ihrem dunkel, dünnen Arm, dass sie schlank ist. Aber jetzt generell wirkt sie nicht schlank. Guck dir an das nächste Bild, was du von ihr gemacht hast. Das war das da hinten. Das hier. Guck mal, da hast du durch die dünnen Beine geschnitten. Und im Grunde genommen müssen die Linien bei Frauen aus dem Bild... Dünner werden. ...zusammenlaufen. Verstehst du? Die müssen sich zusammenbilden. Und bei der Hüfte ist das Problem, dass sie auseinanderlaufen. Genauso bei einem Rock. Bei einem Rock kannst du fast nicht schneiden unten. Weil egal, wo du schneidest bei dem Rock... Ja, es geht ja immer gerade oder nach außen. Genau. Also wenn jetzt eine Person... Oberkörper, Rock... Und da kommen die Füßchen raus. Ja? Also das wäre jetzt der Kopf. Und das wäre... Dann kannst du eigentlich de facto nirgendwo hier durchschneiden. Nein, du kannst durch die... sozusagen durch die Taillie schneiden. Ja? Hier kannst du durchschneiden. Oder dann musst du komplett hier unten. Wenn du hier durchschneidest, dann denkt dein Körper sich so diese Matroschka oder Matroschka-Puppen hinzu. Und dann wird da einfach gedanklich, da hört es nicht mehr auf. Stimmt, ja. Ja, das ist echt schwierig. Deswegen sind Brautkleider auch so verdammt schwierig zu fotografieren. Weil man eigentlich... Es ist echt schwierig. Also bei Reportage bei Braut... Also entweder Ganzkörper bis hier oder nur... Also du hast ganz... Wenn du die Taillie nicht zeigst, wenn du nicht zeigst, wie schlank die Frau ist, hast du wirklich ein Problem. Weil dann kommt dieses Riesenkleid und macht einfach nur nach unten so einen Riesen-Bopp. Das sind ja Brautkleider, mit Unterrock und Reifrock und alles Mögliche. Und dann gibt es noch einen weiteren Schnitt im Ganzkörperbereich. Ich mache es so. Wenn jetzt zum Beispiel hier normal einfach Beine sind, dann darfst du niemals durch... Also wenn das hier das Knie ist, du darfst niemals durch die unteren Extremitäten, also durch die Unterstenkel schneiden. Weil damit zerstörst du das Aufteilungsverhältnis. Guck mal, da ist die Hüfte. Dieser Bereich ist dann fast so groß wie der obere Bereich. Und das ist ein ganz komisches Verhältnis. Das ist so ein bisschen... Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Wenn du so Socken oder sowas ziehst oder nur anhast, dann wirken deine Beine nie lang. Ja. Weil die Socken, die so ungefähr hier aufhören, die machen... Die machen das kürzer alles irgendwie. Das ist komisch. Wenn du so Overny oder so Strümpfe anziehst... Dann geht es wieder. Dann macht es ja wieder lang. Und das ist interessant. Also wenn eine Frau zum Beispiel Strümpfe anzieht, die bis hier oben gehen, dann werden die Beine lang gemacht. Wenn sie aber so Söckchen, die anziehen, die bis hier sind, dann machen sie kurz. Weil dein Kopf sagt, dieses Teilungsverhältnis, das stimmt nicht mehr. In dem Moment, wo du den Unterbereich hier schneidest, sagt dein Körper oder dein Kopf, oh das könnten ja noch Beine sein. Verstehst du, wenn hier der Strumpf anfängt, dann sagt dein Kopf, hat nichts mit sonst was zu tun, ist einfach Kleidung. Also niemals durch die Unter... Das ist wirklich ein ganz blöder Schnitt. Ja, okay. Werde ich mir merken. Und dann kommt das letzte Tipp in der Porträtfotografie. Wenn du einen Kopf hast und der hat hier Haare, also nicht ich, dann niemals durch den Haaransatz. Never ever Haaransatz ist tabu. Du darfst durch die Stirn oder oben drüber oder aber durch die Haare sozusagen durch das Tönnchen. Aber niemals durch den Ansatz hier. Ja, weil dann wird die Stirn endlos. Dann sieht es aus, als wären gar keine Haare oder so eine Riesenstirn. Ja, oder dass die Haare, weil der Ansatz, der fängt immer so mit Härchen an. Der ist dann so nicht wirklich Haar und dann sieht es aus, als ob man irgendwie gar keine Haare hätte, so wie ich. Ja, ganz blöder Schnitt. Jetzt hattest du eine Aufgabe und ich notiere die mir einfach mal so ein bisschen hier ran. Erstmal war es Formate ausprobieren. Ja, für nächste Woche. Das vergessen wir bitte nicht. Genau. Also rechtens neun Quadrat, zwei zu drei. Vier zu drei finde ich kein so schönes Format, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber probiere es aus. Vier zu drei ist doch das Normale, oder? Nee, vier zu drei ist dieses, das ist das, wo dein Monitor relativ weit gefüllt ist. Also das ist das hier. Das ist doch das Standard, oder nicht? Nee, eigentlich hatte ich dir das Standard auf drei zu zwei gestellt. Das hatte ich am Anfang in der allerersten Folge gemacht und habe gesagt, vergiss es. Übrigens, da sagen viele Leute, das kann man nachträglich machen, so wie du es hier hast. Ja. Das stimmt auch insoweit. Aber es ist immer besser, falls du zwischenzeitlich, es vorher schon zu wissen, wie man schneidet. Weil man kann nachträglich immer irgendwie alles wegschneiden. Aber von vorher ein Bild zu konzipieren im Quadrat oder im 16 zu 9 ist sehr viel mehr wert, als aus einem Bild, was man irgendwie aufgenommen hat, dann doch mal ein hübsches 16 zu 9 zu schneiden. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt eine andere Arbeitsweise. Gut, jetzt kommt der nächste Punkt und der zweite Aufgabe, den du hast, ist Raum lassen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich erkläre dir, was damit gemeint ist. Du machst bisher, und jetzt gucken wir mal ganz genau hin, du machst bisher eigentlich immer so das Model möglichst groß in das Bild. Und das ist auch irgendwie so der klassische Anfang. Also man hat im Grunde genommen einen Kopf und dann setzt man außenrum das Porträt. Ja, und Leute, die länger fotografieren, die fangen was an? Die lassen so ein bisschen mehr Platz unten hin. Also da kommt dann so ein bisschen der Oberkörper mit rein, das Dekolleté. Das ist ja gemerkt, das ist ganz schön angenehm. Deine Bilder am Anfang, die waren viel mehr so der Kopf in der Mitte. Ja, stimmt. Und jetzt lässt du langsam so ein bisschen Platz dem Modell. Was du jetzt machen sollst, ist mal überlegen, ob du nicht hier mehr Platz lassen sollst. Oder ob du auch mal nicht ein Bild machen sollst, wo nach oben hin viel Platz ist, richtig viel Platz ist. Guck mal, du hattest ein Bild gemacht, das hat mir mega gut gefallen. Schlecht gefallen hat es mir nur wegen dem blöden Mauerwerk im Hintergrund. Aber das war eine Aufnahme, die fand ich richtig toll. Das ist so ein Bild, was so ein bisschen zum Denken anregt. Du hast hier einfach Platz, sie guckt hier hin, da ist was. Das ist was, was Geschichten erzählen kann. Du hättest zum Beispiel das Bild auch hochnehmen können. Und jetzt musst du einfach anfangen zu überlegen, gibt es was um dein Modell herum, in deiner Umwelt, was du eigentlich mit dem Bild verknüpfen könntest. Und im Studio ist das immer relativ simpel. Graue Wand, hinten dran, vorne. Aber on Location musst du eigentlich versuchen, die Location mit dem Bild zu verknüpfen. Stell dir mal vor, du hast ein düsteres Bild wie hier. Also das ist hier eigentlich das Beispiel par excellence. Verstehst du, hier hast du dem Bild, auch wenn es kein Porträt ist, aber du hast hier Platz gegeben zum Denken. Allein die Steine, diese weißen Blümchen, die dabei sind, diese Zartheit noch zu verbinden. Du hast einfach dem Porträt oder dem Motiv viel mehr Intensität gegeben, dadurch, dass die Location diese Verzaubertheit und diese Nacktheit und diese Zartheit unterstützt. Obwohl sie so dunkel ist, aber gibt es Elemente, die damit arbeiten. Und genau das ist die nächste Aufgabe für nächste Woche. Versuche im Grunde genommen mehr Raum zu geben. Mehr Raum nach oben, mehr Raum nach links, mehr Raum nach rechts. Also mehr Raum zum Denken. Mehr Raum zum Denken, aber du sollst gleichzeitig nicht das Porträt aus den Augen verlieren. Also es ist keine Lösung, einfach mehr zu fotografieren, sondern das klappt auch nicht bei jedem Bild. Und das klappt auch nicht immer. Manchmal muss man einfach sich auf das Motiv werfen. Aber am schönsten ist, und das ist der Grund, wenn Motiv plus Location im Endeffekt so Hand in Hand gehen. Verstehst du, das Motiv passt zur Location und die Location passt zum Motiv. Die Location hat Inhalte, die das Motiv verstärken und das Motiv hat Inhalte, die die Location verstärken. Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt. Du hast zum Beispiel ein Outfit, was so ein bisschen urban ist. Und du suchst dir eine urbane Umgebung. Dann musst du aber auch die urbane Umgebung zeigen. Du hast zum Beispiel irgendwas Trashiges, du hast irgendjemanden mit Dreadlocks. Es gibt Mädels, die haben Dreadlocks oder die haben irgendwelche Piercings. Und du suchst dir zum Beispiel die Mülltonne in der Straße um die Ecke und so ein bisschen Graffiti. Dann greift das Hand in Hand. Verstehst du? Oder, ich meine, das machen viele Fotografen unterbewusst. Aber genau da musst du ja rauskommen. Du musst ja aus dieser Unterbewusstheit in die Bewusstheit der Fotografie reinkommen. Ja, bisher ist das wirklich immer alles unterbewusst. So, das könnte passen. Auch guck mal, das sieht auch gar nicht so schön aus. Aber jetzt musst du im Endeffekt kombinieren. Und ich habe eine mega harte Aufgabe für dich. Und zwar, bitte fotografiere mir einmal die Location getrennt und dann im Endeffekt erst die Location mit Motiv. Okay. Weil, was im Endeffekt rauskommen muss, deine Einstellungen, Location, Weißabgleich, Helligkeit, Kontraste, die müssen im Grunde genommen schon den Look des Bildes präsentieren. Also, wenn du nur die Location mitsamt deinen Einstellungen siehst, musst du eigentlich schon ein Gefühl haben, was dann kommt. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn das Modell mit den Farben, die sie anhat und der Haut und so. Absolut. Aber verstehst du, das ist jetzt genau der Punkt. Wenn du jetzt in der Straße dastehst mit Backstein und Mauerwerk und dunkel und düster und du siehst das, dann sagst du, okay, da kann nicht so viel anderes passen außer Trashy, Urban. Das meine ich. Dass es nochmal einen Kick oben drauf gibt mit Modell, ist ganz klar. Oder mit Motiv. Aber das ist halt der genaue Punkt. Und ein Baby oder ein Kind fotografierst du in der Umgebung, die zu einem Kind passt. Oder aber die einen kompletten Kontrast bietet. Und genau der Punkt ist es, dass du vorher das, du musst es konzipieren, du musst es im Kopf schon mitdenken. Okay. Ja? Ja, ich werde es versuchen. Dann hätten wir jetzt drei Aufgaben. Formate, Raum lassen und Location. Und zwar Location extra. Ich will sehen, was du an Gedanken hast zur Location, zum Modell. Mhm. Okay. Ja, schwierig. Ja. Aber merkst du, und das ist jetzt ein mega geiler Punkt, reden wir gerade noch über Kameraeinstellungen? Nee. Gar nicht mehr, ne? Mhm. Weißt du was? Da kommt doch nichts mehr. Nicht mehr? Nein. Gar nichts mehr? Nein. Das kommt jetzt. Das ist jetzt das, was deine Fotografie passiert. Das hat doch noch ganz viele andere Einstellungen. Hat sie, braucht man aber nicht zwangsweise alles. Okay. Verstehst du, solche Kameras werden gebaut für unterschiedlichste Fotografen. Der eine will Landschaft, der andere will Sport, der andere will sonst was machen. Und jeder muss irgendwie seine Sache machen können damit. In der Porträtfotografie, egal ob man zu Hause, ob man Models fotografiert oder zu Hause, die Tochter oder den Freund oder Schwester oder sonst was, ist es eigentlich sehr rudimentär, was man haben muss. Die Sachen, die ich dir hier erklärt habe, sind im Endeffekt alles, was du brauchst. Und mein tägliches Arbeiten ist nicht mehr als das. Okay. Aber weißt du, wo es verdammt schwierig wird? Ja. Was jetzt innerhalb der letzten Wochen passiert sein muss, und das war unser Ziel, war, dass du im Grunde genommen die Kamera komplett autark bedienst. Du darfst dich nicht fragen, wo man heller, dunkler macht. Du darfst dich nicht fragen, wie man den Weißabgleich einstellt. Das muss alles automatisch passieren. Aber dann musst du dein komplettes Denken, dein komplettes Augenmerk musst du auf Motiv, Moment, die Kommunikation, das Sprechen, das Designen, das Überlegen, komm mal, lass uns was anders anziehen. Darauf musst du im Endeffekt dein komplettes Augenmerk werfen. Das hier ist nur noch Mittel zum Zweck, ist wie ein Hammer. Und ein Handwerker, der sich die ganze Zeit fragt, warum man einen Hammer hält, der kann keinen Nagel in die Wand schlagen. Ein guter Handwerker macht sich Gedanken, was er mit dem Hammer macht und nicht wie er ihn bedient. Und genau deswegen musst du auch ein bisschen diese Kamera einfacher sehen. Wenn du alle Funktionen beherrschen willst, die die Kamera kann, bist du in 100 Jahren noch nicht fertig. Naja, und sie macht ja auch so ganz gute Bilder, ne? Auch ganz gut, kann man lassen, ne? Kann man lassen. Ich habe noch eine mega krasse Sache. Mach die mal aus. Und zwar, das kriegst du jetzt mit. Und liebe Zuschauer. Du machst es auch immer komplizierter, ne? Ey, ich will sowas nicht hören. Dass man das nicht mal einfach machen kann. Also, das hier ist ein kleiner Zettel, den werden wir noch ein bisschen anpassen und den werden wir auch euch zur Verfügung stellen. Ich habe den eigentlich extra für dich geschrieben. Und zwar ist es ein kleiner Baukasten. Ein Fotobaukasten. Und Ziel ist es, dass das hier alles in deinem Kopf passiert. Natürlich mal wieder. Am Anfang kriegst du den aber noch mit für eine kleine Hilfe. Und du kannst im Endeffekt jetzt hier dein Baukasten, dein Foto zusammensetzen. Und das machst du bitte vor dem Fotografieren. Weil weißt du, was ich so ein bisschen denke? Dass du einfach so ein bisschen sehr, sehr, sehr aus der Situation heraus fotografierst. Ja, das stimmt auch. Guck mal da, guck mal da, mach mal da. Und dann, ach, das ist ja schön geworden. Jetzt gehst du hin und sagst, okay, wie will ich meine Bilder zusammensetzen? Und aus jeder Zeile, aus jeder Zeile suchst du dir genau eins aus. Aber das muss ich ja dann schon, bevor ich losfahre oder so machen. Kannst du ja. Aber wenn ich die Location noch nicht kenne? Dann mach es halt erst an der Location. Dann ist ja auch wieder, dass das Model sich langweilt. Aber ja, das geht ja relativ schnell. Aber guck mal, jetzt mal, gesetzt in Fall ist, du machst es nicht. Ja. Weißt du, was die meisten Menschen fragen, wenn sie zum Fotografen kommen? Was soll ich mitbringen zum Anziehen? Ja. Nach deiner Aussage, die du gerade getroffen hast, sagst du, ach, ich weiß ja nicht, ich habe die Location noch nicht gesehen. Ja, ich sage, pack ein, was du hast. Ja, aber das ist genau das, wie es nicht laufen darf. Ja, du hast recht. Verstehst du, du musst im Endeffekt vielleicht auch die Location schon mal gesehen haben. Du musst vielleicht auch im Endeffekt schon ein Bild haben. Und weißt du, wie das mit roten Fäden ist? Man muss sich nicht dran halten. Ja, der Punkt ist, es ist ein Faden, um sich zu halten. Wenn du nachher hier hingehst oder du machst mal einen Schlenker nach da, dann ist das alles kein Problem. Aber du brauchst etwas, was dir einen Halt gibt im Fotoshooting. Und ich bin mal ganz ehrlich, du als Model, wenn dich jemand gefragt hat und hat gesagt, Viviana, lass uns mal ein Foto machen. Einfach so. Und dann hast du gefragt, was willst du mit Fotos machen? Und was wolltest du eigentlich immer hören? Ja, ich wollte schon was hören. Eine Idee. Ja, du hast recht. Es ist ein bisschen schwierig für mich. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Aufgabe, vor allem mir das alles vorher zu überlegen, weil ich habe versucht, mir schon was vorher zu überlegen bei den anderen Shootings. Aber ich habe da einfach keine Idee und habe dann immer gedacht, ach komm, irgendwas wird schon spontan entstehen. Und ich hatte Glück, aber deswegen, das wird mir sehr schwer fallen. Du musst das probieren, als Fotografin zu machen, was du als Model erwartet hast. Wenn ein Fotograf zu dir kam und hat gesagt, lass uns mal wild Fotos machen und ich gucke uns mal das an und ich weiß nicht, was du anziehst und was sonst was, dann hast du gesagt, nee, das kann nichts werden. Du wolltest jemanden, der dich fotografiert, egal ob Mann oder Frau, der sagt, hey, Viviana, du hast so tolle Augen, ich will genau dieses Porträt machen, ich habe da eine Location, ich habe da eine Idee. Du warst nie böse, wenn es anders geworden ist, oder? Nee. Solange was Schönes rausgekommen ist, warst du happy. Aber du hast nur dann Fotos gemacht, wenn der Fotograf im Endeffekt eine Idee hatte. Ja, zumindest eine Location-Idee und irgendwie. Und genau diese rote Linie, die musst du wissen. Und natürlich schüchtert es ein und natürlich ist es eine Sache, die irgendwie Angst macht. Aber weißt du, eigentlich ist es interessant, diese Sachen, die haben wir über die letzten Wochen gelernt. Und eigentlich musst du bloß dir ein Bild zusammenbauen. Jetzt geh auf deine Freundin, auf die eine oder die andere. Die eine hat ja hier diese Lachbilder. Und ich glaube, wenn du jetzt die Bilder siehst, wo sie hier so lacht. Wo sind sie? Letzte Woche. Ach, das war letzte Woche? Stimmt, ich habe jetzt gerade die, die hast du jetzt nur zweimal fotografiert. Ja, genau. Guck mal, wenn du sie jetzt siehst, dann bau dir doch jetzt hier mal ein Bild für das nächste Fotoshooting ein. Du kannst sie ja mal wieder fotografieren. Und jetzt siehst du hell, neutral, dunkel, düster. Wie willst du sie fotografieren? Wie siehst du deine Freundin? Also sie sieht auf den hellen Bildern gut aus, aber auf den dunklen auch. Aber du kannst nicht beides machen. Du kannst nacheinander beides machen. Aber verstehst du, du musst doch ein anderes Outfit wählen für hell wie für dunkel. Dunkel hast du gemacht mit nackt, hell hast du mit Blümchen gemacht. Das ist doch keine Sache, sich jetzt zu entscheiden. Für mich schon, ich bin eine Frau, die können sich immer nicht entscheiden. Ich weiß, aber du kannst ja alles hineinander machen. Dann sitze ich zwei Stunden vor der Liste. Mach es mal schneller, du redest jetzt kaputt. Okay, ich mache es einfach hell. Gut. Wie soll im Grunde genommen der Lux sein? Warm. Wie soll die Distanz sein? Willst du sie nah, neutral oder distanziert fotografieren? Neutral. Neutral, alles klar. Blick in die Kamera, hat sie einen tollen Blick in die Kamera oder soll sie weggucken? Blick in die Kamera. Ist sie schöner frontal eigentlich oder eher seitlich? Ich meine, jetzt musst du halt überlegen. Du hast hell, warm, du hast einen hellen, warmen Ton. Ja, da passt am besten frontal. Frontal. Verstehst du, du kannst nachher immer noch sagen, im Fotoshooting, auch drehe dich mal leicht seitlich. Aber weißt du, was du vermeiden solltest? Du solltest von hell nicht auf düster springen im Fotoshooting selber. Dann willst du sie von oben herab, auf Augenhöhe oder hinaufschauen fotografieren? Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, cool. Weil du bist gleichberechtigt, ist deine Freundin. Wunderbar. Okay, willst du sie eher szenisch fotografieren? Personenbezogen heißt du eher dieses, nur die Person wie das? Oder eher so ein Close-up, wo noch näher? Das wäre jetzt ein Close-up. Ich glaube, ich würde sie wieder im Close-up fotografieren. Wunderbar. Dann weißt du schon, du brauchst ein bisschen, du bist 25er Brennweite, kein Weitwinkel, du musst näher ran, du musst von vornherein anfangen. Willst du eher die Farben bunt, gedeckt, schwarz-weiß oder mit einer Tönung haben? Was ist jetzt der Unterschied zwischen gedeckt und Tönung? Also, gedeckt wären gedeckte Farben. Also, das sind eher meiner Meinung nach gedeckte Farben. Ah, okay. Dann gedeckte Farben. Ja, weil, guck mal, hier ist nichts richtig knallig-bunt dabei. Nee, so ganz bunt mag ich auch nicht. Eher so ein bisschen, wie heißt das, wenn man die Farbe so ein bisschen rauszieht. Gedeckt, gedeckt, ja. Das wäre auch schon wieder ein bisschen gedeckt, wobei, das wäre so der Übergang zu bunt. Ja. Weißt du? Dann würde ich gedeckt sagen. Gut. Und jetzt willst du vom Weich her irgendwas Hartes, was Weiches oder was Megasoftes oder was Brutal Hartes, so in der Sonne? Weich. Weich, ja. Oder vielleicht sogar mega weich, da kann man ja mal beides ankreuzen. Und jetzt hast du im Grunde genommen schon dein Bild vordesignt. Und wenn du jetzt... Aber noch eine Frage zu dem letzten Punkt, da meinst du den Kontrast. Da mache ich das Licht. Also, ja, Kontrast, Licht. Ja. Also, willst du in den Schatten gehen oder willst du vielleicht sogar mal raus in das Licht gehen und so weiter und so fort. Und im Grunde genommen hast du hier dein Entscheidungsdiagramm. Und weißt du, was passiert, wenn du das jetzt ihr erzählst? Du kannst dir jetzt plötzlich ein Ziel geben. Ja. Du musst dich nicht dran halten. Sie muss sich nicht dran halten. Dann hat man zumindest für das erste Set einen Anhaltspunkt. Genau. Du würdest mit hier gehen und sagen, wie auch immer sie heißt, hell fotografieren. Ich will dich mit einem warmen Ton fotografieren. Ich will nicht zu nah ran. Ich will nicht zu weit weg. Ich will so eine ganz neutrale Distanz auf Augenhöhe machen. Bitte bleib frontal in die Kamera, weil ich mag dein Lächeln. Wenn ich mag, dann deine direkten Blicke. Du sollst auch wirklich in die Kamera gucken. Gib mir diesen intensiven Blick. Du kannst sagen, ich halte die Farbe ein bisschen gedeckt. Ich komme sehr nah ran und das Licht ist super weich, super schoff, super schmeichelnd. Wenn ich jetzt so zu dir als Model gekommen wäre, hättest du sagen können, hey, geil, die Idee gefällt mir oder die Idee entfällt mir nicht. Aber im Grunde genommen wärst du dabei gewesen. In dem Moment, wo dir die Idee halbwegs gefallen hat. Zumindest bis ich das Bild sehe und dann kann ich sie immer noch entscheiden. So arbeiten super wenig Fotografen. Ja. Und meiner Meinung nach arbeiten die besten Fotografen so im Kopf. Die haben diese Dinge im Kopf. Manchmal wissen sie gar nicht, dass sie sich so umgesetzt haben. Die haben dann so, wenn ich mit denen rede, sage, ja, ist doch klar, mach mal so. Und dann sage, warum ist das klar? Ja, das habe ich schon entschieden. Aber meine Frage, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein. Aber du machst ja so viele Shootings und hast du jedes Mal schon die Idee, was du machen willst im Kopf? Weil du hast ja so viel schon gemacht und es gibt schon so viel. Weißt du immer genau, was du schon wieder machen möchtest? Ich weiß nie, was hinten rauskommt. 100 Prozent. Aber ich weiß immer, wenn ich anfange, was eigentlich transportiert werden soll. Das habe ich vor fünf Jahren nicht gemacht. Mit genau den gleichen faulen Ausreden, die du gebracht hast. Ich kann mich nicht entscheiden, das dauert so lange. Ach, ich nehme mir was weg. Was ist, wenn ich was anders machen möchte? Das sind alles faule Ausreden. Du kannst was anders machen. Es dauert nicht lange. Du solltest dir Gedanken machen. Und ich weiß nicht, was der für den Punkt war. Aber das ist alles so ein Selbstbetrug im Endeffekt. Das hier ist Fotografieren. Verstehst du, es gibt Reportagefotografie. Da rennst du mit einer Kamera auf eine Hochzeit rum her, auf eine Feier und du fotografierst, was dir vor die Linse kommt. Aber in dem Moment, wo jemand, eine Person sich dir anvertraut, möchte er eigentlich, dass du dir Gedanken machst. Und das ist das Schöne. Wenn Menschen merken, dass du dir eigentlich Gedanken machst. Und du kannst ja, wenn dir das hier Schwierigkeiten macht, dann fang doch einfach mal umgedreht an. Dann sag mir doch einfach mal die besten Eigenschaften von deiner Freundin. Jetzt so ein Foto. Oder was findest du besonders toll an ihr? Ihr Lachen. Ihr Lachen. Verstehst du? Und wenn du sagst, ich finde ihr Lachen so toll und ihre Augen, dann ist doch klar, wenn du die Augen toll findest, bist du auf Close-Up. Findest du sie arrogant oder irgendwie süß oder lieblich? Nee. Du kannst ja auch von hinten an die Sache herangehen. Und das ist das Schöne. Wenn du die andere Freundin oder das Model hast mit den roten Haaren und du kannst ja auch sie fragen, wie siehst du dich? Und sie sagt, sie sieht sich nicht so liebkindlich, sie sieht sich eher so als starke Frau. Dann weißt du schon das und dann das und dann baust du dir im Endeffekt dein Bild zusammen. Ja, stimmt. Das hier ist... Das ist wirklich einfacher für mich so an die Sache heranzugehen. Es ist sogar einfacher, weil du nicht mehr so viel spielst. Und du kannst dann wirklich dich in ein Bild fest verbaisen und es wirklich bis zur Perfektion weiter treiben. Ja. Und jetzt kommt hier unten, das ist eine mega wichtige Sache und dann bringe ich gleich den Hashtag rein. Und der heißt, HIRN-SYNCHRO-NACH-KROLOB. Ja, also bitte, wenn ihr das macht, Hashtag HIRN-SYNCHRO-NACH-KROLOB drauf. Ich habe angefangen, so ein kleines Spielchen zu betreiben. Und zwar, stell dir mal vor, ich würde dich jetzt fotografieren. Und wir würden uns raussuchen, irgendwie einen sportlichen Schuss, Sonnenuntergang. Bevor ich anfange zu fotografieren, machen wir so eine Art, ich packe meine Kofferspiel. Wenn du nicht weißt, was ich rausbringen möchte im Bild, kannst du mir nicht helfen. Wenn ich nicht weiß, was du mit dem Bild verbindest, kann ich gar nicht fotografieren, was dir gefällt. Und ich glaube, dass viele Fotografen und Fotografinnen einfach fotografieren, ohne wirklich auf einer Welle zu schwingen. Ja, das kann sein. Das hast du bestimmt als Model schon oft gemerkt, wo du gedacht hast, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich gerade transportieren soll. Und genau das möchte ich vermeiden. Ich fange immer an und sage dir, Vivi, ich möchte was sehr Energetisches. Ja, dann schreibe ich Haufenergie. Ja, und dann bist du jetzt dran. Das würde ich hier reinschreiben. Dann bist du dran und sagst, okay, jetzt gibst du mir ein Wort, was du mit dem Bild verknüpft. Einfach einen Adjektiv, ein Gefühl, eine Stimmung. Denk mal an so ein sportliches Bild. Das kann ja sein, dass du sagst, ich bin jetzt sexy oder ich bin jetzt irgendwie trainiert oder ich bin jetzt wirklich angespannt oder soll es wirklich lässig, locker, leicht sein. Verstehst du, das ist alles so. Du musst dir das Bild jetzt auch schon überlegen, bevor wir anfangen. Ja, lässig nehme ich. Dann nimmst du lässig. Ja, dann sage ich so ein bisschen, wenn du sagst lässig, dann sage ich so ein bisschen, so ein bisschen ein April-Sport. Also weißt du, so, du hast den Sport schon hinter dir. Du bist so ein bisschen, vielleicht kann man irgendwie mit so Wasserspray so ein bisschen drauf machen, dann bist du so lässig, weil du hast gerade deine Arbeit gemacht, du bist happy, dass du den Training durchgezogen hast und jetzt bist du wieder dran. Jetzt würdest du wieder, und jetzt überleg dir, mach die Augen zu und überleg, wie du posen würdest, wie könntest du dich fühlen? Ich habe schon was. Ja. Sexy. Sexy, okay. Okay, ich schätze, du willst dann damit sagen, du hast irgendwie so ein bauchfreies Toppern, irgendwie so eine engere Leggings oder sowas. Merkst du, und jetzt merken wir, dass wir auf einer Wellenlänge schwingen. Wenn du jetzt was gesagt hättest, was mir gar nicht gefällt, hätte ich sozusagen vorher interveniert. Ich hätte dir gesagt, nee, das will ich nicht fotografieren. Wenn du was merkst, was ich jetzt sage, hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, boah, voll, voll Cello oder irgend sowas, dann hättest du gesagt, nee, Martin, das geht nicht. Also wir hätten uns im Grunde genommen auf eine Wellenlänge gebracht. Und deswegen heißt es auch Hirnsynchronisation, als ob wir unsere Gehirne verbinden. Das machst du, das musst du nicht bis hier unten machen. Manchmal merkt man auch, dass man drei, vier Worte gesagt hat, okay, alles klar, das ist es. Aber jetzt stell dir mal vor, du gehst zu deiner Freundin und sagst, lass uns Hirnsynchron machen. Jetzt spiele dich mal deine Freundin. Wie würdest du anfangen? Ich als Fotografin? Ja. Lächeln, würde ich sagen. Sag doch eine Emotion. Freude. Freude, fröhlich. Fröhlich. Fröhlichkeit, Freude. Ja. Dann würde ich sagen, sie ist ja auch so ein bisschen schüchtern beim Lachen oftmals. Vielleicht würde ich da sagen, so ein bisschen, ach, das ist mir zu viel, also eher so ein bisschen verschämt. Ja, oder du könntest verschämt reinbringen, mir das ein bisschen. Ich hätte jetzt süß noch reingebracht. Dann hättest du sie, ich kann es gar nicht machen, ich kann sie gar nicht spielen, weil ich nicht weiß, was sie denkt. Aber im Grunde genommen müsst ihr auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und weißt du, was das Allergenialste ist? Und jetzt müsst ihr mega aufpassen. Wir reden gerade immer so über Models und dergleichen, aber weißt du, wer das viel mehr braucht als Models? Die Nicht-Models. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Viviana fotografiere und ich gebe Viviana gar keine Anweisung, ich sage ihr nicht, was ich möchte, was machst du? Irgendwas. Und wahrscheinlich sieht es gut aus, weil du hast es schon so oft gemacht, dass das, was du machst, irgendwas machst, sieht gut aus. Das heißt, sie fällt als Model, als Profi-Model in ihren Safety-Mode zurück und macht einfach. Wenn du jetzt aber kein Model wärst, wenn jemand gar keine Erfahrung hat, ich mache das mit Kindern, ich mache das mit Erwachsenen, ich mache das mit Opas, Omas, die brauchen genau das. Ja, hast du recht. Die müssen im Endeffekt wissen, und das ist so ein bisschen wie, als ob wir im Kindergarten uns so ein Schauspielerisch in so eine Situation reinversetzt haben. Wir stellen uns was vor, wir können uns auch in Emotionen reinversetzen und es ist mega genial, wenn man plötzlich zusammenarbeitet. Und auch aus der Model, also aus der Sicht der Person vor der Kamera ist es super stark, weil die Person fühlt sich plötzlich nicht nur als irgendwas vor der Kamera, sondern sie darf mit. Sie darf von Anfang an mitreden. Und seitdem ich das hier mache, kommen die Leute vor der Kamera viel mehr mit eigenen Ideen und das ist super toll, weil die haben teilweise Ideen, die ich nicht habe. Aber die hätten sie nie gebracht, hätte ich sie nicht von vornherein so stark beteiligt. Ah, das ist gut. Ausdrucken, mitnehmen, probiere es mal zu machen. Mach ich. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, tausend Mal, dann wirst du es irgendwann nicht mehr brauchen. Dass ich tausend Shootings hatte, das dauert noch. Aber nimm das wirklich so Stift, das kannst du einknullen, dann einfach wirklich, wie ich es so gemacht habe, so zack, 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 zack. Ich packe mir direkt ein paar davon in die Kameratasche. Ja, ja, mit Stift und einfach machen. Mach ich. Puh. Also, das war ein bisschen längere Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vivi, du hast mega viele Aufgaben. Das kommt ja als vierte Aufgabe noch hinzu. Ja, ich hoffe, ich kriege das alles hin. Vier Aufgaben. Vier. Also, ihr habt die Aufgaben ja auch. Formate probieren, Raum lassen, Location extra fotografieren und diese Zettel machen. Und Achtung, nicht jetzt zehn Formate durchprobieren im Einfotostutigen. Das gibt es nicht. Es gibt sozusagen immer nur ein oder zwei Formate pro Shooting, weil es gibt ja nur ein Format, was auf diese Bild-Idee passt. Du kannst nicht auf eine Bild-Idee 20 Formate pressen, das ist blöde. Also, wenn du mir nur mit einem oder zwei Formaten zu Hause kommst und du kannst dir sozusagen erklären, warum die so sind, dann bin ich auch happy. Ja, in einer Woche muss man nicht 20 Formate fotografieren. Das ist alles easy. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Fotografieren. Boah, das war mal fett. Das wird viel Arbeit. Ja, aber gute Arbeit. Schöne Arbeit. Fotoarbeit. Ich hoffe, dass auch diese Folge des Crashkurs Portraits wieder mal Spaß gemacht hat. Dass lehrreiche Dinge vermittelt wurden und dass Anreize gegeben wurden, selber mit der Kamera tolle Bilder zu machen, rauszugehen und einfach richtig schön zu fotografieren. An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Einerseits auf unser Krolip und Gers Blog. Dort finden sich ganz viele Inhalte rund um Fotografie, sei es Techniktests oder auch wirkliche Anleitungen, wie das Bild entstanden ist oder wie diese Technik funktioniert. Und auf der anderen Seite, wenn man ganz spezielle Themengebiete abarbeiten möchte, dann gibt es unseren Store für Videotrainings. Dort finden sich zum Beispiel eine Videotrainingstrecke über Heimstudio-Fotografie. Also mit kleiner Ausrüstung zu Hause tolle Portraits machen. Oder da gibt es auch größere Dinge, wie einen Kalender zu fotografieren oder auch einfach nur mit Reflektoren umzugehen. Das wäre es von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Fotografieren. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal bei der nächsten Woche dabei, wenn es wieder heißt Crashkurs Portrait.